So, wir sind jetzt beim Rennen mit Lamar, der uns eben vom Flughafen schon abgeholt hat. Ihr seht es. Wir laden ins Rennen rein, dauert immer einen Moment. Na, come on. Lass knacken. Judo-Bauer. So, hier nehmen wir den Schärfter, weil es mit Abstand das schnellste Auto ist. Machen wir den noch schön weiß, da sieht er direkt viel besser aus. Gewinneraktion. Überwältigt. Geil. Zack. Und bereit. Boah, der war aber auch schon mal schneller, der Schärfter, du. Mann, Mann, Mann. What the hell you think you doing? Ach Gott, mir fällt gerade auf, dass ich die Kamera, den Ausschnitt direkt auf der Minimap habe, noch. Gestern von Division, das muss ich gleich noch ändern. Ah, geil. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weil wenn der GTA die Minimap nicht sehe ist, ist Verlust. Na, nein, 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 doch. Dinosaurier des Hydros. Ich glaube jetzt nicht mehr genau, was ich implications. Aber hier sehen wir uns doch auf, was ich mir nicht wissen. Está genau, wir wissen uns sehen. glucone ist mir nicht besser. fährt sich irgendwie komisch die karre heute schon lange nicht mehr damit gefahren die gepanzerte version davon ist auch geil ich früher immer gerne benutzen rennen so jetzt haben wir gleich geschafft hier war da ist das ziel war jetzt nicht wirklich schwierig aber der mart natürlich auch ein unfall gebaut und level 2 geil